ja ja das ist das ist ich würde sagen wir müssen jetzt weiter und ich habe gehört ich war Ah... ...warte... Sind hier solche Kisten... ...die das hier zerstampfen können, hab ich gehört. Warum bin ich hier so nicht? Ah! Ah, okay, den kann ich auch öffnen. Perfekt. Das kann man zerstampfen, ab jetzt. Ha Es war so klar, dass ich den Glips Oh Gott Ja Eigentlich Also Der 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 Körper zu schießen, ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Okay. Okay, das ist gar nichts. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen, zerstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Wenn Sie gegen ein Gliedmaßen abschneiden, sparen Sie Munition und erzüchten zusätzlichen Schaden. Okay, so. Oh je. Oh mein Gott. Ist das jetzt gekommen? Stasen ist ein Schaden. Stasen ist ein Schaden. Objektiv, und schau dich. Die Tür ist nicht funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stasen-Modul, das du gerade aufgehoben hast. Oh mein Gott. Äh. Ach, hier muss ich doch... Waffe wechseln... Lass mal... ...eventar... Ach, da kann ich nicht mehr... Nein... Äh... Ich hab doch mal ein Start zu sehen... Aber... ...Karte? Nein... ...ich hab die Knappe verlassen... Ich muss doch irgendwie an dieses... ...komm... Ja, jetzt muss ich auch noch die Steuerung nachgucken, weil ich nicht an das Ding zu bekomme. Das war's schon an der Steuerung. Ja, toll. Warum komme ich nicht an dieses verdammte Mobil? Das ist ja nicht mein Inventar, denn... Was ist denn da, Quatsch? 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 Hm... Ja, jetzt brauchen wir hier Ewigkeiten, um dieses Modular zu aktivieren. Ich glaub's einfach nicht. Was haben wir denn hier noch für Tassen? Gibt's hier? Das war lokalisieren. Aha. Datenbank. Ähm... Nachher Inventar, nein. Es muss doch irgendwie... Das ist doch irgendwie ein bisschen Beschiss. Das ist doch irgendwie ein bisschen Beschiss. ... Da passiert überhaupt nichts. Ach Gott, das ist doch bescheuert. Verschlossen, äh. Kann man diese Infos sich nochmal anzeigen? Oh je. Das ist doch ein Quatsch. Das ist doch ein Quatsch. Kann man nicht irgendwie hier von hier laden? Ah. Ich lade nochmal den Speicherstand und dann gucke ich, was da stand, ey. Das ist ja zu doof hier. Spielladen. Hä, Mittel? Warum ist es jetzt auf Mittel? Das ist mir jetzt auch egal, aber... So. Hier spricht Benson von der Monorail Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Ach ja, das fällt da runter. So. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Es bringt nichts, wenn Sie auf die Körper schießen. Ziehen Sie auf die Gliedmaßen. Verstückeln Sie sie. Das sollte funktionieren. Wenn Sie gegen das Gliedmaßen abschneiden, sparen Sie politisch und untersuchen zusätzlichen Schaden. So. So. Ah, mit dir. Die Tür scheint nicht zu funktionieren, Isaac. Versuch mal das Stase-Modul, das du gerade ausgehoben hast. Ah, Gott! Ich sollte mal eher aufpassen wollen. Ich sollte mal eher aufpassen wollen. Ich sollte mal eher aufpassen wollen, häh? Die Speicherstationen ab. Gibt ja anscheinend genug Speicherpunkte hier. Beim Spiel. Ach, Nee. Alles mit dem was man filmt. Credit und da drüben rein. Das ist tot. Und dann. Gott, oh Gott. Gott, oh Gott. Gott, oh Gott. Okay. Okay. Ah. Ah. Okay. 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 Waggonersatzung abgeschlossen. Okay. 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 Vielen Dank.